Na alle zusammen, hier ist wieder heute La und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und solltet euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Mount, welches wir von einem Händler uns besorgen können und dazu befinden wir uns einmal in Revendreth bei den Koordinaten 61, 63 im Dunkelhafen und dort im Gasthaus befindet sich die Herrin Miela, die ist die Rüstmeisterin des Hofs der Ernte. Und bei ihr können wir, wenn wir denn einen ehrfürchtigen Ruf haben, einen Mount kaufen. Dieses schimpft sich Hofsündenmeere und das kaufen wir jetzt einmal. Wie kommen wir auf einen ehrfürchtigen Ruf? Und zwar macht ihr am besten immer eure Abgesandten-Quest, die euch nach Revendreth schickt. Die bringt zwischen 1500 und 2000 Ruf, je nachdem ob es eine normale oder dementsprechend eine Elite-Quest ist und sonst habt ihr eigentlich hier noch einen Haufen Worldquests und Sidequests abzuschließen. Es geht relativ schnell. Ich habe jetzt drei, vier Wochen gebraucht, um auf ehrfürchtig zu kommen und habe auch schon meine erste Paragon-Kiste auch noch, also nochmal 10.000 Ruf extra oben drauf gefarmt. Also es dauert nicht sonderlich lang, wenn man einigermaßen aktiv die Worldquests macht. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einmal das Mount an. Hofsündenmeere. Das lernen wir mal und schauen mal, wie es das aussieht. Hofsündenmeere. Hier haben wir es. Es ist ein Schwarzpferd, quasi ein Rappen mit neuen Model. Sieht ganz cool aus. Hat auf jeden Fall was. Passt sogar jetzt zu meinem relativ dunkel gehaltenen Set. Und ja, die lila Decke finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so nice. Die hätten sie vielleicht noch weglassen können oder auch nochmal was Dunkleres benutzen können. Aber soweit auf jeden Fall ein schickes Mount. Und ja, dann haben wir wieder eins mehr. Ich hoffe, dem einen oder anderen von euch konnte ich wieder ein bisschen weiterhalten. Ich zeige euch nochmal die Map. Hier war das Gasthaus, wo wir uns das gekauft haben. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ruffarmen fürs Mount. Und wir sehen uns beim nächsten Mount-Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.